Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Special Video. Und wie man ja schon im Hintergrund sehen kann, ein riesiger Tannenbaum. Ja, Block, was haben wir denn vor? Keine Ahnung, wir wollten anzünden. Eine gute Idee, aber ich glaube erstmal wollen wir nochmal was loswerden, bevor wir diesen schönen Baum in lodernes Feuer verwandeln. Und zwar wünschen wir euch alle jetzt hier am 24. Dezember eine frohe Weihnachten. Und ein schönes Fest und weiß was ich noch und viel gefresse. Allen, egal ob Hater, Griefer oder sonst was, ihr habt alle mindestens einen Klaps auf den Hintern verdient zu Weihnachten. Ja, deshalb habe ich hier auch eine Rute in der Hand. Nur damit ihr es wisst. Ja, und genau das wollten wir eigentlich nur noch was sagen. Frohes Fest, frohe Weihnachten, viele Geschenke und so weiter und so weiter. Und dann Tschüss. Ciao. Ciao.